Hallo, ich heiße Dirk Scheele, Kinderlieder, und ich singe zusammen mit euch Kinderlieder. Macht ihr mit? Es macht sehr viel Spaß. Eins, zwei, drei, vier, wuh! Komm, lasst uns tanzen, ja, wir tanzen zwei und zwei. Passt euch an den Pendeln, dreht euch um und hübs dabei, hübs dabei. Komm, lasst uns tanzen, tanzen, ja, 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 ganz, wir tanzen. Komm, lasst uns springen, 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 springt ganz hoch, so hoch, ihr könnt. In Kreise drehen, in Kreise drehen, 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 immer in Kreise drehen. Komm, lasst uns drehen, 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 drehen. In Kreise drehen, nun lassen wir uns alle auf den Boden fallen. Wusstet ihr schon, dass man die Dirk Scheele Kinderlieder T-Shirts und Story Schuh Plüschtiere jetzt auch im Story Schuh und Dirk Scheele Shop kaufen kann? Ja, und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Dirk Scheele Kinderlieder und Story Schuh YouTube Kanal. Das würde mich freuen. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss!